Hallo, ich bin Isabel und begrüße dich im virtuellen WinLab in CoSpaces. Ach, du weißt gar nicht, was CoSpaces ist und wie du hier gelandet bist? Ja, dann lass es mich dir zeigen und erklären. CoSpaces ist eine Website, auf der du selbst kreativ werden kannst, eigene Spiele erstellen, Rundgänge zusammenstellen, physikalische Simulationen testen und Rätseltouren bauen. Hier bist du im WinLab, dem Makerspace der Technischen Hochschule Wildau. Und im folgenden Video werde ich dir zeigen, wie du CoSpaces nutzen kannst und ebenfalls eine virtuelle Tour planst. Du wirst die allgemeine Bedienung kennenlernen, erfahren wie man mit CoBlocks programmiert und im Anschluss kannst du dein Wissen über den Makerspace testen. Na, wie klingt das für dich? Dann lass uns gleich loslegen. Viel Spaß! CoSpaces ist ein virtueller Raum, in dem eigene Welten erstellt und programmiert werden. können. Wir können 360-Grad-Touren planen, Spiele entwickeln oder physikalische Simulationen durchführen. Das Beste daran ist, dass das Ganze sehr einfach und visuell ist. Wir programmieren mit Blöcken, ähnlich wie ihr es auch schon von Scratch kennt. Außerdem müsst ihr nicht bei Null starten. CoSpaces bietet euch schon viele Objekte mit verschiedenen Animationen an, die ihr nutzen könnt. Um starten zu können, müsst ihr euch einen Account erstellen. In der freien Version stehen euch leider nicht alle Funktionen zur Verfügung. Ihr müsst angeben, ob ihr Schüler oder Lehrer seid. Intuitiv werdet ihr eher Schüler wählen wollen. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn ihr mit einem Klassencode Zugriff erhalten wollt. Wählt also Lehrer, lest die Nutzungsbedingungen und registriert euch. Nach dem Einloggen sind wir im Reiter Klassen. Wir wechseln jetzt aber erstmal in die Galerie. In der Galerie könnt ihr euch inspirieren lassen und Projekte anderer Menschen anschauen und ausprobieren. Die Projekte sind in Kategorien eingeteilt, so könnt ihr schnell euer liebstes Interessengebiet herausfiltern und passende Welten erkunden. Damit ihr seht, was so möglich ist, habe ich mal drei Beispielprojekte geöffnet. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, auf welche unterschiedliche Arten wir Co-Spaces nutzen können. Hier beispielsweise eine Unterwasserwelt, in der verschiedene Meereslebewesen vorgestellt werden. Man könnte sich das gut als virtuelles Museum vorstellen und auf den Tafeln könnten natürlich noch weitere Infos zu den Tieren stehen. Und man darf auch mal Pause machen und mit diesem Jump-and-Run-Spiel ein wenig die Zeit vertreiben. Doch verweilen wir nicht zu lange in fremden Projekten, starten wir lieber unser eigenes. Dies geht unter dem Reiter Co-Spaces und dann Co-Space erstellen. Vor dem Start könnt ihr in das Welcome to Co-Spaces Projekt reinschauen, um die Bedienung zu üben. Wir starten mit einer neuen Umgebung und haben die Wahl zwischen einer 3D-Umgebung oder einem 360-Grad-Bild. In der Pro-Version haben wir auch noch die Möglichkeit Vorlagen zu nutzen oder Projekte für den Merge Cube zu erstellen. Wenn ihr dazu einen zweiten Teil möchtet, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir beginnen mit einer leeren 3D-Umgebung. Das sieht, wie der Name schon sagt, noch ziemlich leer aus. Schauen wir mal, wie wir diese Umgebung gestalten können. Unten im Menü findet ihr den Tab Umgebung. Dort könnt ihr vorgestattete Landschaften laden, mit Filtern die Stimmung ändern, sowie eigene Bilder als Untergrund oder auch Hintergrund-Sounds einfügen. Über den Reiter Hochladen könnt ihr Bilder, 3D-Modelle, Videos oder Musik hinzufügen, um eurer Umgebung noch mehr Leben einzuhauchen. 3D-Modelle müsst ihr in einem der angezeigten Formate hochladen. Ich nutze meist OBJ. Doch auch ohne eigene Inhalte kann man eine belebte Umgebung schaffen. Die Bibliothek von CoSpaces ist riesig und ihr habt eine große Auswahl an Menschen, Tieren, Möbeln und vielen weiteren Objekten. Objekte, die mit einem Zauberstab versehen sind, beinhalten Sonderfunktionen. Beispielsweise Häuser, die nicht einfach nur größer werden, sondern eine Etage oder einen Aufgang dazu bekommen oder einen Wald, der sich an die ausgewählte Fläche anpasst. Nutzt hier einfach mal ein bisschen Zeit und stöbert durch die verschiedenen Objekte und Kategorien. Für mein heutiges Projekt möchte ich das WinLab nachbilden und die Geräte mit Fragen versehen. Legen wir los. Zuerst habe ich mir ein Foto gesucht, einfach nur um eine kleine Gedächtnisstütze zu haben. Denn obwohl ich den Raum doch eigentlich jeden Tag betrete, gibt es so ein paar Dinge, die man einfach nicht weiß. Dann habe ich die Bibliothek von CoSpaces durchstöbert nach allen möglichen Objekten, die für meinen Nachbau relevant sein könnten. Die Suchfunktion ist dabei natürlich sehr praktisch. So kommen hier Stück für Stück immer weitere Objekte hinzu. Besonders einfach bekommt ihr diesen Wiedererkennungseffekt mit Farben. Färbt eure Objekte so gut es geht ein. Ihr werdet merken, dass dies zu einer realistischeren und lebhafteren Umgebung führt. Musik Später finde ich noch heraus, dass man die nicht so stückeln muss, sondern auch langziehen kann. Naja, auch ich lerne Badabai. Musik 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 Und so wird Stück für Stück aus einer komplett leeren Umgebung langsam aber sicher das Windlep. Musik Spulen wir Ihnen noch etwas vor. Das Nachbilden hat in Wahrheit so ungefähr eine Stunde in Anspruch genommen. Man kann sich dabei auch wirklich im Detail verlieren und wirklich viel Zeit lassen. Probiert euch einfach aus. Schaut, was ihr braucht. Für meinen Zweck reicht das hier an der Stelle eigentlich auch schon aus. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun geht es ans Eingemachte oder auch die Programmierung Wir möchten, dass die Geräte im Wendler klickbar sind und uns Fragen stellen Dazu klicken wir sie an, klicken auf Code und aktivieren dann die Auswahl in Co-Blocks verwenden Besonders praktisch ist es natürlich auch, wenn ihr euer Objekt direkt benennt So wie es eben heißt Also in unserem Fall jetzt hier der Schneideplotter So könnt ihr das dann später bei der Programmierung mit den Blöcken leichter wiederfinden Für alle menschlichen Figuren, die ihr in Co-Spaces einfiegt könnt ihr direkt auch auf den Button Sprechen gehen Dann zeigen sie eine Sprechblase immer an, sobald sie sichtbar sind Alternativ könnt ihr auch auf Denken umstellen und dann ist es natürlich eine Gedankenblase Diesem Mann hier gebe ich zum Beispiel direkt mal einen kleinen Willkommens-Text mit So kann er unsere virtuellen Gäste empfangen und vielleicht eine kleine Anleitung geben wie man sich hier durch das virtuelle WinLab durchnavigiert und was es zu entdecken gibt Zusätzlich können wir auch in Co-Blocks noch einen Infotext hinzufügen Dort haben wir dann einfach auch noch ein bisschen mehr Platz und dieser Text erscheint nur, wenn man die Person bzw. das Objekt anklickt Die Zwischensequenzen lasse ich mal etwas schneller ablaufen denn auch ich suche bei den ganzen Blöcken, die möglich sind hier und da noch die eine oder andere Funktion Zwischendurch können wir immer mal wieder auf den Play-Button drücken um unsere Programmierung und den ganzen Aufbau zu testen Wir navigieren mit den Pfeiltasten durch den Raum und nutzen außerdem noch die Maus, um die Blickrichtung zu ändern Nun möchte ich mal die erste Frage hinzufügen Dafür habe ich mir hier diese Frau ausgesucht und diese wird uns eben, wenn sie angeklickt wird, eine Frage anzeigen Sie fragt uns, ob wir das erste Mal hier im virtuellen WinLab sind und je nachdem wie die Antwort ausfällt, bewegt sie sich anders, macht sie unterschiedliche Animationen Ihr seht, durch das Programmieren mit Blöcken ist es wirklich sehr einfach, verschiedene Dinge einzufügen und ich könnte diese Liste, was passiert, wenn ja ausgewählt wird, endlos erweitern Ich könnte die Umgebung ändern, ich könnte, dass ein Sound gespielt wird Ich könnte neue Figuren hinzufügen, vieles mehr ist möglich Für die Geräte habe ich mir beispielsweise ausgedacht, dass wir neben dem Text, der uns sagt ob die Frage richtig oder falsch beantwortet wurde, auch noch eine farbliche Markierung machen Heißt, wenn die Antwort richtig ist, dann wird das Objekt, das Gerät grün eingefärbt und wenn es falsch ist, dann haben wir eine rote Farbe Testet neue Funktionen, die ihr einprogrammiert, auch einfach im Anschluss direkt aus So könnt ihr sehr schnell Fehler finden und diese noch korrigieren In meinem ersten Ablauf hier hat das mit der Farbe nicht ganz funktioniert zu welcher Zeit sie erschien Dadurch, dass ich das schnell gefunden habe, konnte ich es auch schnell ändern und mache es für die nächsten Objekte richtig Ich werde jetzt noch weitere Fragen hinzufügen und euch natürlich nicht alle zeigen denn ihr sollt ja auch die Möglichkeit haben, im Anschluss, wenn alles fertig ist dieses virtuelle WinLab einmal auszutesten und selbst euch zu testen, wie viele Fragen könnt ihr richtig beantworten und wie gut wisst ihr über das WinLab Bescheid Von daher geht es jetzt für mich ran, weiter programmieren, Fragen überlegen und diese in GoSpaces einbinden Nun möchte ich euch noch zeigen, wie ihr Soundeffekte hinzufügen könnt Dazu lade ich einfach einen beliebigen Sound hoch, hier als MP3 Datei und öffne mir dann unser Code Fenster in Coblox Neben der visuellen Rückmeldung, dass unsere Antwort richtig ist, möchte ich nun auch noch ein Klatschgeräusch hinzufügen Dazu füge ich das ein, bei Spiele Sound und um sicherzustellen, dass wirklich alles gleichzeitig abgespielt wird und nicht erst eine Sache beendet werden muss, nutze ich den Block gleichzeitig ausführen Wir testen das Ganze mal Super, das hat geklappt Nun möchte ich euch nochmal kurz zeigen, wie ihr 360-Grad-Bilder erstellt und diese dann in CoSpaces einfügt Um 360-Grad-Bilder aufzunehmen, benötigt ihr ein entsprechendes Gerät oder eine App auf dem Handy Je nachdem, was ihr benutzt, ist der Ablauf zum Aufnehmen der Bilder etwas anders Hier seht ihr, wie ich das mit unserer 360-Grad-Kamera gemacht habe Als nächstes erstellen wir einen neuen CoSpace und wählen ein 360-Grad-Bild aus Im Reiter Umgebung können wir den Hintergrund bearbeiten und unser Bild hochladen Wie auch schon bei der 3D-Umgebung können wir Filter und Effekte anwenden, sowie einen Sound hinzufügen Und auch in 360-Grad-Bildern können wir weitere Objekte und Figuren hinzufügen Da das Foto jedoch keine wirkliche Räumlichkeit besitzt, ist ein Platzieren der Figuren irgendwie etwas blöd Sie wirken immer nur aufgesetzt Doch zum Glyph gibt es dafür eine Lösung Masken Jedes Objekt kann eine Maske werden Zieht euch also einfach einen Baustein in die Arbeitsfläche und passt die Größe so an, dass der Bereich, der verdeckt werden soll, abgedeckt ist Mit einem Rechtsklick könnt ihr Maskieren auswählen Und das Objekt verschwindet und alles, was dahinter liegt, auch Das Ganze funktioniert auch bei Objekten, die sich dann bewegen oder Animationen ausführen Nun fügen wir noch unseren Szenenwechsel hinzu Ich nutze hier einfache Kreise, ihr könnt aber auch wieder Figuren oder alle möglichen anderen Objekte nutzen Benennt dieses Objekt auf jeden Fall auch wieder und macht es in Koblox nutzbar Links habt ihr die Möglichkeit, weitere Szenen einzufügen Benennt auch die Szenen gut, damit ihr sie in Koblox dann besser findet Benennt Und nun kann es auch schon losgehen mit dem Wechsel der Szenen. So könnt ihr eure Touren noch umfangreicher gestalten und verschiedene Orte miteinander kombinieren. Ich hoffe, dieser Einblick in CoSpaces hat euch gefallen und ihr probiert es auch direkt aus. Teilt eure Projekte gerne in den Kommentaren mit uns. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum WinLab Quiz oder ihr scannt einfach den eingeblendeten QR-Code. Wir sind gespannt, wie es euch gefällt und wie gut euer WinLab Wissen ist. Sollte da noch Nachholbedarf sein, kommt gerne zum OpenLab Day immer mittwochs von 9 bis 19 Uhr oder schaut euch weitere Videos auf unserem Kanal an. Bis zum nächsten Mal!